so dann mal zweiter versuch hoffentlich landen wir nicht wieder im minus 5 sondern bleibt auf der map also auf unserem island das wäre ganz nett das wäre ganz schön so okay wir haben bekommen herr will ich war ja schon ist doch man also leute ernsthaft hallo wie wärs mal hiermit auch in die oder ernsthaft jetzt also leute ernsthaft jetzt ok ich werde diese woche doch keine fünf folgen machen sondern es bei vier wollen belassen weil der zimmer hier ist sowas von instabil hier läuft gar nichts eigentlich hätte der moment wo ich hier die 8 fackeln hingesetzt habe kam hier ein boni aber dass das der boni kam oder ich weiß nicht ob ich schon eingesammelt hatte keine ahnung auf jeden fall wo sie denn er weg teleportiert irgend von einem ungültigen bereich wer sich noch erinnert um links hat der minus inf bei der x koordinate das gibt es doch gar nicht alter und dafür haben wir jetzt keine boni bekommen und damit keine boni haben können wir auch nicht weitermachen ich meine ich kann mal gucken ob ich hier also ich war das ich mache das mit dem gravel vielleicht kriegen wir da reisen aber ich glaube nicht verreisen bekommen ich mache einfach damit mal weiter ja ansonsten habe ich keine ahnung was wir machen wollen wir machen einfach mal kommt zweimal reicht ja einfach war nicht wir werden uns erst mal eine steinschippe steinschippe machen dürfen das ist natürlich schön das ist fein mit der dauert nämlich schon lange aber wir müssen jetzt nur 50 machen das geht ja noch ok ja komm ja auch mir ist auf dir derjenige was wird dem server los ok komm ganz ehrlich Das war's. Und wie geht's euch so? Habt ihr so die Ferien übergemacht? Sollte Ferien. Ach Gott. Wie viel brauchen wir noch? Boah, da hat man die Hälfte, ey. Oh Gott. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Also ehrlich gesagt, nachdem ich damals mit den Skyland gespielt hatte, und ich weiß, ich bin da auch einmal gestürmt hatte Softblocking, weswegen ich ja aufhören musste, aber der Server, den ich damals hatte, der war definitiv bei weitem besser. Also hier, die Server sind echt verkackt. Ich meine, der erste Server, dieser Skyblock-Server, also ohne den NG hintendran, der ging ja zumindest, der hat halt nur den Fehler, dass wir halt nicht mehr zurücksetzen können. Also nicht mehr auf Level 1 zurücksetzen können. Von daher können wir gar nicht weiterspielen. Wir könnten nur weiterspielen, den wir uns neuen Account anlegen. Aber ich will jetzt hier nicht 20 Accounts haben. Hallo? Ach ja, das wird zu flimmend. Och, leck mich doch. Och, leck mich doch. Na gut, komm. Ja, einmal kriegst du noch. So, soll es jetzt aber auch bald mal vorbei sein? Geht doch. Ja, okay. Softblocking, das war's. Aufs Ende. Wir hätten also wirklich bei dem, wo wir mit den Kerzen gemacht hätten. Da hätten wir normalerweise das Eisen bekommen. Da wir kein Eisen haben, können wir auch keinen Eimer machen. Und das war's dann damit wieder. Gut. Okay. Das war's. Aufs Ende. Vielleicht kann man ja hier die Level zurücksetzen. Also, äh, zu Level 1 zurückgehen. Das wär ganz lieb. Wollte ich noch meine Schippe? Ja, ne? Doch, Schippe hab ich noch. Doch, Schippe hab ich noch. Wollte ich noch meine Schippe? Ja, ne? Na ja, wenigstens sollte ich das Ganze zurücksetzen haben, weil wenigstens immer, äh, haben wir jetzt schon viel Sand. Wie gesagt, die Frage ist halt nur, ob wir alles wirklich zu Level 1 zurücksetzen oder genauso wie bei dem, äh, Skyblock-Server, einfach in einem aktuellen Level immer weiter bleiben und damit, äh, nie weiterkommen. Weil, wie ich in der allerersten Folge gesagt hatte, äh, braucht man wie gesagt Ressourcen, die man früher bekommt, braucht man später. Und wenn man alle Ressourcen verliert, bzw. erste Ressource gar nicht bekommt, siehe hier Eisen, ne, dann war das natürlich. Dann kann man natürlich nichts mehr machen. Ich meine, der Vorteil für uns ist jetzt zumindest, wir haben jetzt schon mal eine Eisen, äh, Spitzhacke, ne, also, äh, Betriebsmittel haben wir. Das ist so behindert, ey. Oh Gott. Da kann ich echt nur hoffen, dass wir, dass man die auf Level 1 zurücksetzen kann. Sonst sehe ich schwarz. Sonst sehe ich hier echt schwarz hier sein. Ah, sowas muss ich gucken, wie ich am Tust runtergehe. Ach, schau meine an. Ha, lol, also, wird doch ein Bone hinterlassen. Ist ja witzig. So, das witzige ist jetzt nur, ich packe mich das hier grad selber zu, kann das sein? Ja. Ähm. So. Okay, jetzt kann ich wieder alles abbauen. Tadaa. Okay. Und, Neustart. Und wir sind Level 1. Jawoll, es geht. Okay. Also kann man sich wenigstens hier das Level zurücksetzen. Auch wenn wir jetzt wieder von vorne anfangen. Ist das behindert. Okay. Ich hab gemerkt. Oh, ist das behindert. Okay. Äh, du kommst bitte wieder nach da. So, was haben wir bekommen? Ach, komm. Ach, Mann. Da, 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 da. Äh, ist das behindert. So, jetzt brauchen wir unsere Axt. Äh. Kommen wir dem erstmal die hier. Ach so, halt da um. Durch diese äh, Texturenfehler hier bin ich total irritiert. Ich denke mal, das gehört gar nicht mehr zum Inventar. Aber eben. Das ist ja quasi unsere erste Reihe. Oh, wieder schön. Hier Holz, ne. Solange bis die Holzspersacke leer ist. Die brauche ich damit mal ganz kurz auf. Haben wir auch gleich Äpfel wieder. Ist doch auch mal ganz cool. Sehr schön. Okay. Hätten wir. So. Unser Kiste ist jetzt schon voll. Ich glaub das nicht. Okay. Willstens kommen keine neuen Sachen dazu. Weil wir haben immer wieder das gleiche. Äh, Crafter, Axt und ach sie ist die. Ich muss sogar noch einen Baum fällen. Mh, das ist ja nice. Äh, so. So, so, so. So, so, so. Wie bekommen Steine? Brauchen wir nicht. Wo ich hab... Achso. Komm ihr beide kommt mal hier äh, kommt mal hier direkt raus. So. Hab ich noch eine Axt. Sehr schön. Also extra hab ich jetzt mittlerweile echt mehr als genug. Ähm. Oh, ich hab auch sogar schon 70 Äpfel. Nice. Also verhungern würde ich definitiv nicht mehr. Definitiv nicht mehr. Nein. Okay. Lalalalalalala. Pony. Was soll ich denn jetzt machen? Achso. Und ich will wieder Cobblestone setzen. Alter. Und für nächste Folge müssen wir dann wieder Gravel setzen. Und die ganze Schei... Ach, das dauert alles so ewig. Das dauert alles so scheiße ewig. Ich krieg nen Kater. Alter, wir haben 45. Kann man die Kacke hier nicht irgendwie verwerten? Ähm. 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 Koppel. Ähm. Stairs. Da. Was kann man aus dem alles machen? Aha. Okay. Gut. So kann man's machen. Gut. Das heißt also, wir müssen erstmal die hier anordnen. Und aus dem können wir jetzt denn wieder unsere Dinger da machen. Perfekt. Okay. Gut. Jetzt haben wir zumindest alle mit einmal. Und vor allem jetzt schön ist, wir haben jetzt gleich von Anfang an eine Eisenspitzhacke. Jetzt weiß ich gar nicht wie viele wir am Anfang hatten. Aber es ist ja kein Problem. Wir brauchen einfach so lange bauen, bis dieser Ding kommt. Und dann ist die Spitzhacke schon gleich wieder weg. Sehr schön. Okay. Dann brauchen wir's mal wieder runter. Ein Trauerspiel. Ich dachte wenigstens, ich komm irgendwie mal bis Level, weiß nicht, bis Level, ja keine Ahnung. Was hab ich mir dabei gedacht? Jetzt hängen wir hier und dauernd in Level 1 und 2 fest, weil wir immer wieder die Levels von vorne machen dürfen. Das ist tatsächlich irgendwie traurig. Das ist echt traurig. Erfacht jetzt. So. Chest. Gut, die kann ich jetzt nicht abbauen, weil unser Inventar ist voll. Wobei, ich kann's ja mal versuchen, ob ihr alles reinpasst. Ne, passt nicht. Doch, passt. Gerade so. Ha! Easy. Ähm, du kommst mal nach da. Dann ist nämlich das Haus frei für die Kiste. Problem. Gelöst. So. Dann kommt der ganze Scheiße mal wieder rein. Dich brauche ich und dich brauche ich. Ach komm jetzt. Und ne Tür. So. Sand. Na ja, Glas haben wir ja bereits, genau. Äh, wow, so ist das voll. Daddy ist natürlich voll nice und so. Glas brauchen wir. So, wir dürfen jetzt im nächsten Level sein. Mal wieder. Ja. So, den Ding haben wir ja mittlerweile schon, genau. Jetzt könnten wir, also unser Ding sogar etwas größer. Äh, ach weißt du was, machen wir einen hier hin. Der geht dann bis da. Und einer kommt dann da hin. Jetzt haben wir sogar einen größeren Bereich. Passt doch. Wären wir also sogar irgendwie ein bisschen belohnt. Dafür, dass wir alles hier 50 mal machen müssen. Ist auch mal was Feines. Oder nicht? Ha? Easy. Okay. Äh, genau. Jetzt kommt da, das Ding da mit dem, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Das ist so traurig einfach, dass man hier alles 50 mal machen muss. Ha? Blumen! Wir haben Blumen. Die darf ich nicht zerstören. So, traurig mich mal ganz kurz auf. Achso, die kann ich auch jetzt mal mitnehmen. So. Ha, wieder Krempel. Gut, von dem werde ich ja wahrscheinlich jeweils eins wegwerfen, weil ein Stack gibt nur bis 99. Und für einen einzigen Block dann extra mal einen neuen Stack anlegen, äh, tue ich garantiert nicht, weil unsere Kiste jetzt schon voll. Von daher muss ich da leider was wegschmeißen. Wobei leider, warum leider? Ich meine, das ist sowieso eine Krempel, die wir nicht brauchen. Weil, ja, ich glaube mal ein Haus bauen werde ich bei dem Server definitiv nicht. Weder bei dem, noch bei dem normalen Skyblock Server, weil, sorry, aber, ich glaube mal, egal für was, für produktive Arbeiten ist der Server definitiv, also die beiden Server, definitiv nicht stabil genug. So, wir haben schon wieder Koppelstorn bekommen. Koppelstorn haben wir mittlerweile echt, echt, ja klar, schon viel. Sand haben wir auch massig. Cool, also diesmal haben wir definitiv keine Knappheit an Koppelstorn oder Sand. Nice. So, hier, wie gesagt, die beiden Sachen nehme ich mal raus und schmeißt die weg. Das bringt ja so gar nichts. Die können wir gar nicht wegwerfen. Oh, wüsste was hier kommt. Die nehmen wir mal hier als super stylische Markierung, so und einer dahin. Easy, passt. Okay. Als nächstes brauchen wir, ja, 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 ja. Jetzt kommt wieder das mit dem Gravel. Jetzt kommt wieder das mit dem Gravel. Ich hab sowas von keinen Bock mehr. Ich hab sowas von keinen Bock mehr. Egal, auch so durch, ne? Bringt ja alles nichts. Ach Gott. Ich hab eigentlich gedacht, dass das ein ganz bisschen spannender wird. Ich mein, wir haben es nicht mal bis so weit geschafft, dass wir auf Diamanten, also, dass wir Diamanten hatten. Wir haben jetzt in den ganzen vier Folgen quasi einfach nur den Inhalt von einer einzigen Folge geschafft. Unter den dreimal wiederholt. Das ist schon echt traurig. Wobei, ne, die ersten beiden Folgarteninhalte, eben. Und bei den ersten der Folge ging's ja. In der ersten Folge hatten wir das erste Level geschafft. Bei der zweiten Folge hatten wir das zweite Level geschafft. Und dann sind wir gestorben. Ne, genau. Das zweite Level haben wir geschafft. Den dritten haben wir angefangen. Und beim dritten Level sind wir dann gestorben. Ja. Und seit da ging's nochmal back up. Das ist schon echt traurig. Ich mein, das funktionierte Ding, ja. Aber sobald man einmal stirbt, kommt hier nur noch Fehlverhalten. Das müssen die Entwickler von der Mod oder von dem Subgame mal ein bisschen, äh, in die Art und Weise korrigieren. Und das heißt, dass wir hier ein bisschen besseres Death Handling einfügen. Das wenn man halt stirbt, man entweder seine Sachen behält oder aber die Sachen irgendwo gepastet werden, also dieser Knochen zum Beispiel irgendwo gepastet wird, wo man auch rankommt. Weil ich meine, wenn er unten der Knochen liegt, bringt einem ja nichts, weil da unten entkommst du ja nicht. Weil wenn du da unten hinkommst, in der du dich runterbackerst, dann stürmst du ja wieder, weil das Spiel denkt, du bist abgestürzt. Deswegen, das ist ein bisschen Bullshit. Na, aber nur ein bisschen. So, wir brauchen einen Sand. Achso, wir haben hier noch Sand. Hä? Ach, lol. Ach, ihr lol, ey. Hä, aber wie kriegt man denn? Ach ja, ich schon wieder. Äh, hier. Ähm, ähm, ähm. Hä, das brauchen wir. Nein, wir hätten also doch Bricks bauen können. Interessant, gut zu wissen. Na, egal, wir hatten ja kein Wasser mehr. Wasser ging ja verloren und damit hat er sowieso Softplugging. Was mache ich denn jetzt hier? Ach, ich bin doch bescheuert. Äh, das brauchen wir. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Ach, noch 20 Stück, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss echt mal schauen, ich glaube, wie gesagt, äh, ich glaube, ich höre noch der Folge erst mal auf. Ich glaube, eine fünfte Folge schaffe ich selig nicht. Ne. Ich meine, es wäre zwar schön, wenn wir endlich mal ein bisschen weiterkommen würden, und ich glaube, in der Folge kommen wir jetzt nicht mal weiter. Von daher müssen wir praktisch eine fünfte Folge jetzt noch aufnehmen, damit wir mal ein bisschen weiterkommen. Aber ich glaube, ich glaube, das habe ich selig nicht. Ne. So, das war's. Rinder mit dir, Rinder mit dir, Rinder mit dir, Rinder mit dir, Rinder mit dir. Ähm. Wir haben bekommen, wow. Hä? Achso. Boah, der Server hängt schon wieder. Ähm. Ja, jetzt ist er nicht tot. Boah, Leute. Was mache ich noch mit euch? Ähm. Ich mache es am besten mal. So. Nein. Boah, alter Junge. Ich fick dich. So. Zweimal 50. Brr. Zweimal 50, dann sollte das reichen. Haben wir genau 100? Passt dann. Weil wir sagen, ich habe irgendwie ein bisschen Angst, mich bis zu 100 hochzubauen, weil nicht, dass er doch wieder kommt mit, ja, sie sind zu hoch. Sie sterben jetzt einfach mal, just for fun. Äh. Siehen sie zu, wie sie hinkommen. Deswegen machen wir nur bis 50 hoch und dann machen wir es ganz halt zweimal. Von der Zeit her ist es das gleiche. Schipp habe ich das leider keine, aber Sandabbau geht ja relativ schnell. Zum Glück wird man schneller auch als, 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 als Krabbel, an hier, äh, Kies. Von daher passt das Ganze. Ach, gottchen, ey, da. Okay, jetzt ist der Lag, unglaubwürdig gering, angeblich nur eine halbe Sekunde. Irgendwie wage ich das zu bezweifeln. Na komm. Boah, halt jetzt mach. Goddammit, ey. Sind wir, sind wir jetzt eigentlich schon Level 2, ja, ne? Oder? Doch, sind wir Level 2, okay. Sehr schön, dann können wir ja bald vielleicht doch nochmal Level 3, dann kann ich es vielleicht mehr doch noch wagen. Ja, ich glaube, da machen wir es so. Also, ich nehme noch eine fünfte Folge auf, aber wenn er da irgendwas schieflaufen sollte, breche ich dann der Stelle einfach komplett ab. Heißt also, es kann durchaus sein, dass die fünfte Folge etwas kürzer wird. Je nachdem, ob alles glatt geht oder nicht. Aber das ist, wie gesagt, echt traurig, ja. Äh. Solange wir das glatt geht, geht alles glatt. Aber sobald irgendwas aneckt, ist quasi alles verloren. Der einzige Vorteil ist, wie gesagt, wir haben da schon viele Ressourcen jetzt. Äh, Ressourcen. Weil die bleiben erhalten. Das ist ganz praktisch. Aber eben, sonst halt nicht. Och, 100 Koppels, da müssen wir auch noch platzieren. Ich krieg ne Krise. Jumel-Leaves haben wir jetzt insgesamt zwölf Stück. Wow. Ja, jetzt müssen wir Koppel bauen. Äh, ja, shit happens, ne? Gut, dann machen wir es mal. Das dauert. Gut, ich mach jetzt in der Folge, auf jeden Fall, äh, Episode 2, also Level 2 fertig. Geht ja relativ ratzfatz. Und dann in der nächsten Folge, in der fünften Folge, wie gesagt, fangen wir da mit Level 3 an, nochmal. Ähm, halt also die Folge jetzt wird zwar schon ein bisschen länger, weil, äh, viel da noch ein bisschen was, und es muss noch zweimal Eisen abbauen. Ne, viermal Eisen und zweimal Kohle, so war das. Äh, äh, ja, von daher wird noch ein bisschen was, ich schätze mal, fünf Minuten brauche ich jetzt noch. Und dann, wie gesagt, nächste Folge, drittes Level, und sobald wir da abkacken, wegen was auch immer, wird in die fünfte Folge abgebrochen. Und damit, ja, so, einmal müssen wir noch. Oder? Ja, ne, doch, waren wir 100, genau. Na komm. Na komm, 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 komm. Vor allem wäre es schön, wenn ein bisschen Gras wachsen würde auf unserer Grasfläche. Also, hier richtiges Gras. So eine Grasblöcke, meine ich jetzt. Da könnte man nämlich damit direkt einen Muss herstellen. Obwohl, Nif, hier muss man mal ja dieses, dieses, dieses vertrocknete Gras, oder? Was eigentlich auch sinnfrei ist. Eigentlich ist es sinnfrei, wohl, Moossteine haben ja grünes Gras. Warum braucht man denn, um die zu erstellen, vertrocknetes Gras? Macht nicht wirklich so. Aber gut. So. Yay, wir haben Kohle. Wobei, eben Kohle haben wir ja schon. Dann mache ich das mal wie folgt. Ich packe hier einmal Kohle rein, obwohl wir gerade sowieso so viel Cobblestone haben. Mache ich einfach mal eine ganze Fuhre. Das bietet sich wahrscheinlich an. Und jetzt können wir das hier nehmen, um, äh, bam, bisschen was anzubauen. Wie gesagt, Kohle kann man immer relativ gut gebrauchen. So, das haben wir ein bisschen was. Packe ich auch erstmal alles wieder rein. Weil, brauchen wir nicht. Wir haben ja Fackeln. Oh Gott, nicht Fackeln. Das war doch nur die Stelle, wo wir uns vorhin aufgehangen haben. Äh, mir schwankt sowas von übles. Wir schwankt sowas von fucking übles. Wie es immer genau gerade so nicht reicht, ja. Oh, sicher. Okay. Jetzt kommt die... Oh, wir haben schon vier weiße Blumen, aber noch kein Gras. Okay. Aha, seht ihr? Das hat genau letztendlich funktioniert. Und damit waren sie am Arsch. So, was müssen wir jetzt noch machen? Genau. Okay, heißt also, wir sorgen so lange, bis wir mehr als acht Eisen haben, damit wir dann das Eisen dann einschmelzen können und dann, äh, ja. Halt Eisen haben. Um daraus den Eimer zu machen. Aha, hier sind wir schon mal unser Wasser. Wow, die Blumen sind genau so angewachsen, dass das Wasser nicht weg kann. Außer jetzt in den anderen Durchringen. Äh, wir haben viermal Eisen. Ich mach mal sicher, dass aber noch eine, einen Durchgang. Einfach nur, damit ich genug Eisen für Reserve habe. Und dann sollte das auch reichen. Dann haben wir genug Eisen, auf jeden Fall, um... Ach nee, ich brauche noch mehr Eisen. Ebenso, ich will nämlich gleich eine ganze Furie einschmelzen, damit wir hier keine Kohle verschwenden. Oh, jetzt komm. Weißt du was? Hier kommst du einmal dahin. Äh, dahin. So. Ach, Gott. Na, du sagst, ich noch fünf Minuten. Passt. So. Ey, das passt haargenau. Das passt so was von haargenau, dass ich jetzt fast von Angst bekomme. Jetzt habe ich hier genau noch einen Eisenlumpen, den wir dann in die Kiste packen müssen. Für Reserve. Kennt man ja. Na gut. Das war's denn damit. Dann können wir uns jetzt einen Eisenlumpen packen. Äh, Eisen. Äh, Manni, wirst du was ich meine. Leckt mich am Arsch. So. Und wir sind in Level 3. Und damit verabschiedet mich dann auch für das letzte Play jetzt. Für die Aufnahme. Äh, beziehungsweise ich warte noch, bis der hier fertig ist. Wie ich das da abbricht. So, jetzt habe ich ja noch einen Eisenlumpen. Und die packen, wie auf Reserve. Ja, das war's dann. Sehr schön. Alles in die Kiste packen, was wichtig ist. Äh, die Axt wirklich auch wichtig. Ich will die Axt sichern. So. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Wie lang auch immer die Seil wird. Schauen wir uns vor. Schauen wir uns vor. Schauen wir uns vor. Schauen wir uns vor.